Moin Leute, heute geht es um ein extrem krasses Thema und zwar geht es um Uran. Wo kommt es her? Wie abhängig machen wir uns von autokratisch geführten Ländern? Wie lange wird es noch reichen? Und wie funktioniert der Abbau, die Anreicherung? Was für Umweltauswirkungen haben diese? Und warum werden jährlich Milliarden Tonnen von radioaktiven Abwässern einfach ins Meer gekippt? Und wie die von Putin gegründete Firma Rossantom langsam aber sicher immer mehr die Kontrolle im Uranmarkt übernimmt. Ihr merkt, das Thema ist mehr als spannend, also los geht's. Okay, Natur-Uran zu Brennstoff, wie geht das? Wenn wir uns Kernbrennstoffe ansehen, ist der Begriff Isotop mega wichtig. Denn Uran ist nicht gleich Uran. Es gibt verschiedene Isotope und die haben verschiedene Eigenschaften. Die Anzahl der Protonen ist bei einem Isotop immer gleich, also im Atomkern. Und die Anzahl der Neutronen ist halt anders. Das ist im Prinzip der große Unterschied. Welches ist jetzt aber wichtig für unsere Reaktoren und natürlich auch für die mega wichtigen Kernwaffen? Uran-235 und 233 sind hier die wichtigsten Vertreter. Denn wenn diese durch umherfliegende thermische Neutronen getroffen werden, dann sind sie leicht spaltbar und deswegen so interessant. Also es ist genau der Effekt, der quasi in einem Kernreaktor passiert. Stark vereinfacht kann man sich das vorstellen, dass diese Dinger eine besonders große Fläche haben. Also dass die besonders gut getroffen werden können. Wie zum Beispiel ein Tor. Wenn das sehr groß ist, dann treffe ich es halt leichter. So in etwa kann man sich das vorstellen. Uran kommt in der Natur vor, allerdings nicht in Reinform. 99,3% sind nämlich U238 und 0,7% nur als U235. Und diese 99,3% U238 sind für die Kernkraft und für Waffen aber tatsächlich gar nicht interessant. Und das ist ein Problem. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Die Förderung von Uran ist relativ schwierig, da Uran nicht in Reinform vorkommt und aus irgendwelchen Erzen herausgelöst werden muss. Gefördert wird es halt in Uranlagerstätten und hier gibt es halt sehr unterschiedliche Fördermethoden und auch Lagerstätten. Bei den meisten heutigen Uranminen wird eine Lösung zum Beispiel mit sauerstoffversetztes Wasser durch das Uranerz gespült und damit rausgelöst. Die Uranlösung wird dann oben an die Oberfläche gepumpt und dann wird diese Lösung getrennt, gefiltert und getrocknet. Und daraus entsteht dieses Zeug, das ist Uranoxidkonzentrat und das nennt man Yellow Cake. Die meisten Reaktoren kommen damit aber gar nicht klar, denn in diesem gelben Pulver befindet sich circa nur 0,7% des wertvollen U-235. Der Großteil ist hier U-238. Wie schon eben erwähnt, das ist nicht so toll, damit können wir nichts anfangen oder wenig. Neben dem Uran bleiben die sogenannten Tailings übrig. Und das sind Millionen Tonnen pro Jahr, also praktisch die Reste, die man nicht mehr braucht. Und diese beinhalten schwach radioaktive Materialien und werden dann in riesigen oberirdischen Becken gelagert. Und das Problem dabei ist, die Materialien, die waren natürlich schon vorher im Gestein drin, aber jetzt hat man die zerkleinert an die Oberfläche geholt. Und da kann man sich vorstellen, dass diese sich dann natürlich viel, viel einfacher verteilen und einfacher in die Umwelt gelangen können. Und das ist natürlich gefährlich. Diese Becken sollten also möglichst dicht halten. Um welche Materialien reden wir da? Zum Beispiel ist das Radium-226, was da gerne vorkommt. Und das hat zum Beispiel auch schon eine Halbwertszeit von 1.602 Jahren. Und man sieht, hier fängt das Lagerungsproblem, was man da hat, eigentlich schon an. Das gelbe Pulver, von dem ich eben geredet habe, dieses Yellow Cake, wird dann verschifft und in einer sogenannten Konversionsanlage in Uranhexafluorid umgewandelt. Das Uranhexafluorid wird dann schon wieder verschifft in eine Anreicherungsanlage. Und diese wiederum erhöht den Gehalt dann auf circa drei bis fünf Prozent für Reaktoren. Und für Kernwaffen brauche ich aber 90 Prozent im Reinheit, also U-235. Okay, wie geht das mit der Anreicherung? Das ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Hier ist so ganz einfach, kann man sich das vorstellen, dass das in Zentrifugen mit tausenden sich schnell drehenden vertikalen Rohren geleitet wird. Also die drehen sich unfassbar schnell. Und das Uran-235 wird so von dem etwas schwereren Isotop 238 getrennt. Und die Zentrifugen trennen genau diese zwei Sachen dann in so zwei Ströme. In dem einen Strom ist viel Uran-235 angereichert und in dem anderen ist dann quasi der Rückstand mit einer geringeren Konzentration von dem wertvollen Uran-235. Und das nennt man dann abgereichertes Uran. Also ihr seht, es gibt einmal das Angereicherte, das ist das, was wir brauchen. Und dann gibt es das Abgereicherte, das ist das mit einem kleinen Uran-235-Gehalt. Das interessiert uns tatsächlich nicht so sehr. Okay, ihr habt jetzt gemerkt, dass es stark vereinfacht und natürlich auch nicht komplett vollständig. Ihr merkt aber auch, dass der Prozess ist so kompliziert, da könnte man wahrscheinlich mehrere Folgen drüber drehen. Was genau geschieht jetzt mit dem Zeug nach dieser Anreicherung? Und das ist extrem spannend. Jetzt passt auf, aus der Anreicherung, die in weltweit gerade mal 13 Anlagen stattfindet, kommen praktisch drei verschiedene Sorten raus. Wie gesagt, einmal das angereicherte Uran, was dann so drei bis fünf Prozent U-235-Anteil hat. Also das, was ich brauche. Das Zeug geht dann in eine von weltweit 38 Fabriken und die machen daraus Brennelemente für AKWs. In Deutschland steht eins davon, und zwar in Lingen. Das hoch angereicherte Uran, das ist dann das zweite Zeug, was da rauskommt, mit circa 90 Prozent U-235-Anteil. Das geht dann in die Waffenproduktion für Atomwaffen. Und kleiner Nebenfact, Gott sei Dank sorgen ganze 13.081 Atomsprengköpfe in neun verschiedenen Ländern für unsere Sicherheit. Dann bleibt noch das abgereicherte Uran, also praktisch der Rest mit hohem U-238-Anteil, der sich nicht gut spalten lässt und für uns eigentlich total uninteressant ist. Das Zeug ist dann praktisch Müll und muss gelagert werden. Achso, nein, ein Teil davon wird für panzerbrechende Munition verwendet, wo es aufgrund seiner extrem hohen Dichte eine Mega-Durchschlagskraft entfaltet. Die schwache Strahlung, die dabei austritt, ist hier tatsächlich nicht von militärischem Interesse, darum geht's nicht. Von 21 Ländern ist bekannt, dass sie diese Munition lagern. Den Einsatz hat aber bisher tatsächlich nur die USA zugegeben. Und ihr merkt schon, das Wort Waffen kommt erstaunlich häufig vor in diesem ganzen Prozess. Und das ist schon ein bisschen erschreckend, finde ich. Die Brennstäbe werden in AKWs verbrannt und dabei sinkt der Anteil von wertvollem U-235 und entstehen neue Elemente. Das könnt ihr hier auf der rechten Seite sehen. Unter anderem auch Plutonium, was sich besonders gut für Atomwaffen eignet. In Wiederaufbereitungsanlagen sollen dann die Reste von diesen Brennstäben, also die Reste von dem U-235, das Plutonium und auch andere Nuklide aus diesen abgebrannten Brennstäben abgetrennt werden. Denn diese kann man tatsächlich noch weiterverwenden. Circa 10% der nutzbaren Materialien können so zurückgewonnen werden. Der Rest sind praktisch radioaktive Abfälle. Und das klingt ja auch erstmal total sinnvoll, da so die Abfälle reduziert werden. Also es klingt wie Recycling eigentlich. Leider ist das nur die halbe Wahrheit, denn die Flüssigkeiten, die dafür notwendig sind, werden innerhalb des Verfahrens ebenfalls kontaminiert. Unterm Strich, und das ist halt krass, nimmt das Volumen und auch die Masse an Abfällen sogar massiv zu. Also ich generiere am Ende noch sozusagen Sekundärabfälle, die da noch dazukommen. Und ein Teil davon wird jetzt gelagert, also von den Gesamtabfällen, also das, was sich dann auch wirklich entlagern muss. Und ein Teil, der genehmigungspflichtig ist, also der radioaktiven Abwässer und Gase, werden einfach in die Umwelt geleitet. Diese französische Wiederaufbereitungsanlage lässt ca. eine halbe Milliarden Liter radioaktiv kontaminiertes Wasser in den Ärmelkanal. Auch leicht radioaktiv kontaminierte Abluft wird freigesetzt. Es gibt ja auf jeden Fall Grenzwerte und Richtlinien und die sind auch mit der Zeit schärfer geworden. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass darüber sehr, sehr stark gestritten und diskutiert wird. Und noch ein ganz wichtiger Fakt, den man sich immer wieder klar machen muss. Historisch wurden die meisten dieser Anlagen gebaut, um waffenfähiges Plutonium bzw. Uran zu gewinnen. Deswegen werden diese Anlagen bis heute als Dual Use verwendet, also für Waffen und für zivile Zwecke. Ein Teil des Atommülls geht danach nach Seversk in Russland, also in Sibirien, und wird dort einfach in Containern oberirdisch gelagert. Und dort stehen aber tausende Zentrifugen für die Anreicherung. Ursprünglich aus der Zeit des Kalten Krieges und heute vermutlich zur Anreicherung des übrig gebliebenen Atommülls. Ich habe jetzt hier immer die Timeline in Google Earth mitlaufen lassen, wie immer mehr Container oder wie die Container sich mit der Zeit irgendwie da verändert haben mit Atommüll. Ihr könnt das echt in Google Earth sehen. Das sind die Container. Okay, schauen wir uns jetzt mal an, wer der größte Produzent ist und danach, woher wir in Europa unser Uran eigentlich bekommen. Hier seht ihr, dass der größte Lieferant ist Kasachstan. Das wird ebenfalls autoritär geführt und hat starke Verbindungen zu Russland, aber auch Partnerschaften mit China und den USA. Ansonsten sind Australien, Kanada und auch Russland große Lieferanten. Ihr seht jetzt hier aber, dass Russland bei der Produktion gar nicht so ein großer Player ist. Dass das Bild aber nicht ganz richtig ist, erkläre ich euch gleich noch. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu zu wissen und das ist eigentlich ziemlich krass. Aber fangen wir erstmal mit was anderem an und zwar geht es mir jetzt gerade darum, wo wir in der EU unser Uran eigentlich herbekommen. Denn das ist total wichtig, um die Abhängigkeiten irgendwie darzustellen. Ihr seht jetzt hier irgendwie, wo es herkommt, also in der EU tatsächlich, das ist relativ breit verteilt tatsächlich. Kasachstan und Russland sind Partner und würden, wie gesagt, circa 40 Prozent unserer Uranlieferungen ausmachen. Inwiefern man die Länder jetzt aber einfach zusammenfassen bzw. die Abhängigkeiten bewerten kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne mich damit einfach nicht gut genug aus. Bei unserer Recherche, die wir gemacht haben, entstand uns aber schon der Eindruck, dass die Abhängigkeiten der beiden Länder sehr, sehr stark sind. Welche AKWs sind denn komplett, also wirklich zu 100 Prozent von russischen Brennelementen abhängig? Und das sind 18 Reaktoren in der EU von insgesamt 104. Das liegt daran, dass sie noch sowjetischer Bauart sind und es extrem schwierig ist, für westliche Brennelementfabriken solche zu reproduzieren. Das ist der Grund, warum man das überhaupt noch macht. Okay, wie sieht es denn bei uns aus? In Deutschland betreiben wir unsere restlichen AKWs nach Aussage von Preußen Elektra hauptsächlich mit Uran aus Russland und Kasachstan. Das klingt jetzt nicht so gut, aber wenn man nochmal zu den 18 von 104 geht, also für die EU gesehen, dann ist das doch eigentlich gar nicht so wild, oder? Na, jetzt muss man hier auch nochmal wieder genauer hinsehen. Und jetzt zieht euch mal diese Grafik rein. Das ist ein ganz anderes Bild, oder? Das Unternehmen Rossatom ist hier auf Platz zwei, was die Weltmarktanteile angeht. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt das? Bei der Produktion war Russland nämlich gar nicht so groß. Das hatten wir eben gesehen. Und jetzt ist die große Frage, wie haben die das hingekriegt? Und das ist in meinen Augen eigentlich fast mit einer der krassesten Punkte. Das Unternehmen Rossatom, gegründet von wirklich Wladimir Putin himself, kauft seit geraumer Zeit fleißig ausländische Uranunternehmen ein und übernimmt mehr und mehr große Anteile des Weltmarkts und damit auch immer mehr Kontrolle. Zum Beispiel 2013 hat der russische Staatskonzern die kanadische Bergbaugesellschaft Uranium One vollständig übernommen und ist damit zu einem der mächtigsten Uranbergbau-Player überhaupt geworden. Rossatom ist Anteilseigner in fünf Minen in den USA, an drei Minen in Kanada sowie an Projekten in Mosambik und Tansania. In Kasachstan, die ja seit Jahren weltweit größter Uranproduzent sind, ist Rossatom über Uranium One und seine Tochtergesellschaft Urasia in vier Uranminen und Vorkommen beteiligt. Also ihr seht, auch da gibt es sehr starke Verbindungen. Unterm Strich ist Rossatom nach Angaben der World Nuclear Association mit der Förderung von 7122 Tonnen Uran der zweitgrößte Uranproduzent weltweit. Nach dem kasachischen Urankonzern Kasatobrom. Zur Erinnerung nochmal, die Zahl vom Anfang, Russland selbst fördert nur 2800 Tonnen Uran. Da kann man sich halt nochmal vorstellen, was das für Ausmaße sind. Das reicht aber noch nicht, es wird halt noch krasser. Gleichzeitig versucht Rossatom nämlich auch den Bau neuer Atomkraftwerke anzustoßen. Nach Angaben von Rossatom gibt es derzeit 35 AKW-Neubauprojekte in Ägypten, in Bangladesch, in Belarus, in Bulgarien, in China, in Finnland, in Indien, dem Iran, der Türkei und in Ungarn und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Rossatom dominiert ebenfalls den Bereich der Urananreicherungsanlagen am Weltmarkt. Über ein Drittel der weltweiten Urananreicherungsarbeit erfolgt in Anlagen des russischen Staatskonzerns. Hier könnte man natürlich insgesamt, also wenn man das ganze Bild betrachtet, auf die Idee kommen, dass eine massive Abhängigkeit erzeugt werden soll. Aber ich gebe zu, das ist jetzt Spekulation, trotzdem ist das Bild irgendwie sehr, sehr krass, finde ich. Und es ist trotzdem auch sehr interessant zu wissen, dass die Fäden von Rossatom und damit auch von Putin sehr, sehr weit reichen und die werden nicht kleiner. Bitte macht euch auch nochmal klar, um was es hier geht. Es geht um den weltweiten Handel und die Kontrolle über eines der gefährlichsten Materialien der Welt. Wir reden hier also nicht über irgendwelche Bonbons oder so, das ist schon hartes Zeug. Uranreichweite. Jetzt machen wir nochmal was Entspannendes, ja, weil ich fand das Thema vorher, fand ich auch persönlich, muss ich zugeben, sehr krass. Hier gibt es tatsächlich andauernd neue Prognosen. AKW-Gegner argumentieren mit einer super geringen Reichweite, AKW-Befürworter mit einer unendlichen Reichweite. Und die Aussagen lassen sich alle in sich zwar irgendwie erklären, aber man muss halt immer sagen, letztlich legt sie jeder dieser Leute irgendwie für sich und für seine eigenen Zwecke aus. Und das ist halt dünn. Die Wahrheit ist, was die Reichweite angeht, wir wissen es nicht. Wir haben einfach keine Ahnung. Und warum ist das so? Naja, bei Gas oder Öl kann man halt ganz gut messen, wie viel Energie ich aus zum Beispiel einem Liter Öl bekomme. Auch die Prozesse, die danach kommen, das geht alles so mehr oder weniger, ja. Also mit einer irgendwie realistischen Unsicherheit noch. Die extraierbare Energie pro Gewichtsanteil Uran ist aber so stark vom Brennstoffkreislauf, dem Reaktortyp und noch vielen anderen Faktoren abhängig, dass das einfach gar nicht mehr möglich ist. Woher kommen dann diese extrem positiven Schätzungen? Also wo ja manche wirklich sagen, das hält praktisch bis in alle Ewigkeit. Im Wesentlichen ist es die Hoffnung auf zwei Dinge. Und mein Gast Norio wird euch heute erklären, welche das sind. Das ist nämlich echt interessant. Tatsächlich sind die Ozeane unserer Erde gigantische Uranvorkommen. Hier allein befinden sich ganze 4 Milliarden Tonnen Uran. Ein Liter Meerwasser enthält ca. 3,3 Mikrogramm. Das ist zwar ein geringer Anteil, jedoch lässt sich das Wasser sehr gut im großen Stil filtern. Aktuell ist jedoch kein einziges Verfahren bekannt, das das ansatzweise wirtschaftlich möglich macht. Die viel interessantere und wirtschaftliche Option ist ein spezieller Reaktortyp. Schnelle Brüter können aus dem vorhandenen Uran ganze 60 Mal mehr Energie gewinnen als konventionelle Leichtwasserreaktoren. Möglich ist das, weil sie auch das Uran-238 verwerten können. Dieses Isotop macht knapp 99% der natürlichen Uranvorkommen aus. Das Reaktorkonzept gilt daher als enorm vielversprechend und könnte das Atomzeitalter massiv verlängern. Doch wie sieht es wirklich mit der Sicherheit, der Wirtschaftlichkeit und vor allem der Sinnhaftigkeit aus? Das erkläre ich genauer auf meinem Kanal. Schau gerne vorbei. Klicke dafür einfach auf das Video im Abspann. Okay, danke Norio. Trotzdem gehört zur Wahrheit halt auch, dass wenn einer dieser Dinge eintreten bzw. erreicht werden würde und das wirtschaftlich, so könnte das natürlich ein vollständig neues Licht auf die Verfügbarkeit von nuklearen Brennstoffen werfen. Aber der weltweite Bedarf ist momentan immer noch so gering, dass es aus ökonomischer Sicht einfach uninteressant ist. Das muss man halt auch sehen. Okay, das war's. Vielen, vielen Dank an Fabian Wischolek, der mir total geholfen hat bei der Recherche. Den werde ich auch nächste Woche im Interview haben. Und er wird mir ein bisschen was über Plasma-Forschung erzählen, denn da ist er aktiv. Und das finde ich auch total spannend, das Thema. Also darauf könnt ihr euch schon freuen. Ach ja, und vielen Dank an Markus für diese tolle Kappe. Er hat mir zwei Kappen geschenkt, die er mit meinem Kanal-Logo bestickt hat. Mega geil. Ich habe mich unendlich gefreut. Ich fand das so, so cool. Also vielen Dank, die werde ich ab jetzt immer tragen. Also macht's gut, ciao.